Jo, was geht? Ich ist Schottmanglis Blog und ich weiß, es kam jetzt vier Wochen lang nix. Ich konnte mich nicht für vieles Neues motivieren, was hier rumgeflogen ist. Deswegen gibt es jetzt was, was schon länger raus ist, wo ich eigentlich aus Gründen noch drauf warten wollte, das zu reviewen. Aber wir quatschen über die Demo von Zenmob. Viel Spaß! Die Demo von Zenmob kommt mit sechs Songs, er geht 16,30 und Zenmob macht einen ganz fantastischen Punk, Pop-Punk, der klare feministische Ausrichtung hat hier und da, der so ein bisschen, so eine Indie-Einschlag, gerade was Bass- und Gitarrensound angeht. Und textlich und musikalisch und auch, wie gesungen wird, ist das ganz, ganz fantastisch. Und der Opener Smash Patriarchy ist ein absoluter Hinten, ein schöner Orbum, macht einfach sehr, sehr Spaß. Die Songs könnten manchmal 15 Sekunden noch kürzer sein, obwohl 16,30 bei sechs Songs alles unter drei Minuten eine gute Länge für Punk-Songs ist. Der einzige Wermutstropfen und weswegen ich diese Platte eigentlich auch nie oder noch nicht gereffelt habe, ist, das Ding ist eine Demo und die Produktion ist wirklich, wirklich nicht gut und lässt an vielen Stellen echt zu wünschen übrig. Manchmal versteht man dann leider den Text nicht. Das ist ein bisschen schade, wenn ihr es downloadet, klingt es tatsächlich ironischerweise besser, als wenn ihr es über Bandcamp abspielt, das ist mir noch nie so krass aufgefallen oder mir noch nie passiert. Nichtsdestotrotz, jeder, der auf feministischen Punk steht, und das solltet ihr alle, sollten unbedingt mal in Zenmob reinhören, denn Zenmob ist eine tolle Band, die richtig, richtig schöne, gute Songs schreibt, die auch aussagekräftig sind. Und sobald diese Corona-Scheiße vorbei ist, hoffe ich, dass Zenmob auf ganz vielen Konzerten spielt und man sie überall fantastisch live sehen kann und dass sie dann mit einer richtig aufgenommenen Platte um die Ecke kommen. Bis dahin, haut rein!